Hier präsentieren wir die 5 beste SodaStreams Test. Lass uns anfangen. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Liste zu Start Nummer 5. SodaStream Crystal 2,0 Wassersprudler. Mit dem SodaStream Crystal können Sie Leitungswasser auf Knopfdruck in sprudelndes Wasser verwandeln. Die Grundwasseraufbereitung schont den Transport von Kisten und leistet einen energetischen Beitrag zum Umweltmanagement, da sie Kunststoff verhindert und somit den Verpackungsabfall von Produkten verringert. Die irritierende Rückkehr des Leerguts ist völlig losgeworben. Die Verwendung eines SodaStreams ist ebenfalls billiger. Das Werkzeug kann Wasser von leicht zu fest Blasen sowie es mit einer Vielzahl von Sirup-Geschmäckern zu optimieren. Es gibt unendlich viele Möglichkeiten hier. Der SodaStream Crystal 2,0 besticht durch seinen modernen Stil in Titan-Optik. Eine SodaStream CO2-Zyndrical-Röhre besteht aus. Das reicht für etwa 60 Liter Sprudelwasser. Es gibt zusätzlich 2 spülmaschinen-sichere Glas-Karaffen-Kapazität ca. 0,6 Liter. Nummer 4. SodaStream Easy Wassersprudler Seed. Interessierte Käufer fragen sich vielleicht, auf welchen Artikel Sie idealerweise aufspringen müssen, um direkt in die SodaStream-Welt zu starten. Mit einem Preis von weniger als 100 Euro ist dieses Benefiz Seed eine optimale Auswahl als erster Einkauf. Dies ist ein Bundle mit einer SodaStream Easy Basis Station sowie 4 passenden Family Pet Containern. Zwei davon haben ein Volumen von 1 Liter bzw. 0,5 Liter. Das bedeutet, dass Kunden von Anfang an Ersatzbehälter haben, oder in einem Familienmitglied von 4, zum Beispiel, jeder Mensch hat seine eigene Flasche. Dennoch bedeutet der Verlust einer Flasche nicht unbedingt, eine brandneue zu erwerben. Das Seed enthält ebenfalls 6 Beispiele von Sirup mit verschiedenen Geschmacksrichtungen. Eine Beispielpackung mit 60 Milliliter Wettinhalt ist perfekt für eine komplett gefüllte, kleinere Flasche, verleiht aber zusätzlich einen ganzen Liter Mineralwasser eine besondere Note. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Halbzeit unserer Liste Nummer 3. SodaStream Easy Wassersprudler Seed. Das Easy Set ist wieder ein Promotion-Pack, das als solches ein SodaStream Terminal und auch einige Geräte enthält. Der Soda-Hersteller ist ein Gerät aus der Easy-Produktlinie. Käufer erhalten ein Paket mit einer CO2-Flasche mit einem Volumen von 60 Litern, einem PET-Behälter, ideal für das System und zwei Entwicklergläsern der Marke. Die Flasche ist auch völlig frei von BPA oder anderen schädlichen Substanzen und ist ebenfalls spülmaschinenfest. Die Beispiellasten mit SodaStream Sirup sind ein zusätzliches Attribut des Deals. Sechs verschiedene Geschmäcker bestehen aus, wobei jede Packung mit einem Inhalt von 60 Milliliter für einen kompletten Behälter Soda ausreicht. Nummer 2. SodaStream Crystal 2,0 Wassersprudler Seed. Dies ist ein Seed, extra genau ein spezielles Gutschein-Paket basierend auf der SodaStream Crystal 2,0 Produktlinie. Kunden können aus dem Schaumwasserhersteller in Schwarz und mit einem Flaschenhalter aus Edelstahl sowie anderen Geräten wählen. Der letzte umfasste unter den benötigten SodaStream CO2-Zylindern mit Inhalt für 60 L-Kohlensäurehaltiges Wasser, einen originalen Glasbehälter für 0,6 Liter Webinhalt sowie ebenfalls zwei Gläser im Layout der Flaschen. Als Vorteil gibt es auch Prappenladungen mit sechs verschiedenen Sirupen aus dem Markennamen, die dem Mineralwasser eine besondere Präferenz geben. Diese Packungen enthalten jeweils 10 Milliliter und reichen daher auch für eine Flaschenfüllung aus. Und die Nummer 1 unserer Liste. SodaStream Crystal 2,0 Aktionspack Wassersprudler Mit dem Kauf dieses Angebots sorgt der Käufer für Zeit und schont sich, brandneue SodaStream Flaschen so schnell wie möglich zu erwerben. Da dies eine Sammlung ist, die aus drei Glasflaschen zusammen mit dem funkelnden besteht. Diese Behälter sind die Originalartikel der Marke, aus diesem Grund erscheinen mit dem verlockenden Wellendesign und sind auch sicher in der Geschirrspülmaschine zu verwenden. Die Verteilung beinhaltet auch eine 60 Liter Gasflasche und als erforderliche Belohnung auch die Anwenderzertifizierung. Die Optionen für Farben sind schwarz, titan, um genau zu sein, und auch weiß. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video.